Moin Freunde, ich bin Alex und herzlich willkommen zu den Deutschrock-News schnell vorweg. Wie ihr hoffentlich jetzt seht, weil ihr das Video seht, die Deutschrock-News sind jetzt die News am Montag. Außerdem, falls ihr das Video hoffentlich auf unserem YouTube-Kanal seht oder auf unserer Facebook-Seite vorbeiguckt, merkt ihr, wir haben ein neues Profilbild und ein neues Kanal designt und alles. Großer, tausendfacher Dank dafür geht raus an Markus, dem Sänger von Enorm. Ebenfalls neu und dazu kommen wir jetzt auch schon Intro. Das ist doch geil, oder? Aber jetzt auch nicht lang rumgeschnackt. Vielen Dank und weiter mit den News. Die wilden Jungs haben endlich die Tourdaten zu ihrer nächsten Tour veröffentlicht. Die Termine waren zuerst exklusiv nur für die Vollgas-Piloten ihres Supporter-Clubs, nun sind sie aber für alle freigegeben. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass es sich immer lohnt, ein Supporter-Club von seiner Lieblingsband zu sein. Die Hasperin-Retour geht vom 19.11. bis zum 29.11. und das Ganze durch 10 Städte. Die genauen Daten seht ihr jetzt hier eingeblendet, ansonsten findet ihr sie auch noch komplett in der Videobeschreibung. Begleitet wird die Tour vom Main-Support Hoopscotch. Ticket gibt es wie immer an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Seit dem 30.05. haben Hangar X ihr neues Album ohne Einsatz kein Spiel draus. Und nun gibt es zu dem Song Lass uns Fallen ein Musikvideo. Den Link zum vollständigen Video findet ihr in der Videobeschreibung. Live zu sehen sind Hangar X übrigens als Main-Support auf der Unantastbar-Fluch-und-Segen-Tour. An dieser Stelle jetzt schlechte Nachrichten aus Berlin, genauer gesagt von der Band Berserker. Berserkers Solo-Gitarrist Mike hat leider seinen Ausstieg aus der Band bekannt gegeben. Privat soll untereinander bei den Bandmitgliedern alles in Ordnung sein. Für den Rest der Band geht es auch weiter, nur erstmal ohne Live-Auftritte. Bis ein neuer Lied-Gitarrist gefunden wurde. Als Grund für den Ausstieg werden Privates musikalische Veränderungen und gesundheitliche Probleme genannt. Was alles dann verständliche Gründe sind. Hier an dieser Stelle natürlich alles Gute für die Zukunft am Berserker und natürlich auch an Mike. Stay brutal. Also, ich kann das nicht aussprechen. Boah, jetzt ist zwar Sommer, aber bald ist Herbst und dann lohnt sich rausgehen nicht mehr und dann ist es over. Dazu sage ich nur. Und deswegen hier mal eine Tour, die ich euch in dem Sinne gern mal ans Herz legen will. Die Herzlos Masterplan-Tour. Vom 6.9. bis zum 11.10. acht Konzerte mit Main-Support-Toxy gehen. Tickets gibt es bei Das Rock Tickets und im Herzlos Shop und bei einem Ticketpreis von 10 Euro, den man nicht nur als human, sondern eher als niedlich bezeichnen kann. Also ich sage dazu definitiv nur hingehen. Enorm wurde zwar schon am Anfang des Drehs erwähnt, aber gute Sachen kann man nie oft genug erwähnen. Gott, das klang jetzt wie ein billiger Werbespruch. Aber egal. Der Sänger von Enorm Markus hat ja auch am Freiwirt wilde Flamme Projekt mitgemacht. Und da hat er Magdalena kennengelernt, die auch am Projekt teilgenommen hat. Begeistert von ihrer Stimme hat Enorm sie direkt nach Berlin eingeladen, um eine spezielle Version ihres Songuntergangs aufzunehmen. Du bist um dich stehen und bin ich lehne, dass du mich mit deinen Augen zieh'n. Du bist mein Leben, das ist mein Glück, wohin ich geh, ich nehm dich mit, egal was kommt, egal was war. Links zum vollständigen Video findet ihr in der Videobeschreibung. Zu Downloaden gibt's das Lied auf Amazon und iTunes. Und jetzt kommt das Beste an der ganzen Geschichte. Da man sich bei dem Wilde Flamme Projekt kennengelernt hat, will man den Geist der wilden Flamme in diesem Musikprojekt aufrechterhalten. Und deswegen geht der komplette Erlös aus den Downloads an Miriam von M., die sich selbst als Krebspatientin seit Jahren zur Aufklärung von HPV-bezogenen Krebs arrangiert. Alle Infos zu Miriam von M. findet in der Videobeschreibung auch die beiden Download-Links für den Song. Kaufen. So meine Freunde, an dieser Stelle wieder willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, zeigt das doch durch einen Daumen nach oben. Und natürlich auch wie immer an alle, die neu auf diesem Kanal sind, einfach auf Abonnieren klicken. Dann erfahrt ihr immer, wenn die neuesten Videos kommt und seid, was Deutschrock geht, immer auf den neuesten Stand. Oder unter Deutschrock-News bei Facebook gucken, da kommt ihr auch auf unsere Seite, wo sofort jedes neue Video reingestellt wird. Dazu sei auch noch gesagt, ich will mich auch noch unbedingt bedanken. Auf Facebook haben wir jetzt über 500 Likes und auf YouTube über 220 Abonnenten. Großen Dank. Ich kann dazu nur sagen, ich hab euch lieb. Kommt, kommt her. Oh, oh, oh. Kommt rein. Oh, oh. Ich weiß, ich hab in der Hand eine Klatsche. Da leider Montag ist und nicht Freitag, kann ich euch jetzt kein schönes Wochenende wünschen. Wünscht euch aber eine schöne Arbeitswoche, Schulwoche oder was ihr ansonsten immer so macht. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder. Haut rein. Bis dahin und ciao. Und ach ja, eine Sache noch. An Markus von Enorm. Ich liebe sie.